Seid ihr bereit für 15 TikToks, die ihr niemals anschauen solltet? Ich nicht. Ich war sustador. Oh, Spanisch. Als wäre das... Mein Gott. Das sieht ein bisschen aus wie so von einem Horrorfilm. Ich glaube nicht, dass das... Wahrscheinlich so Horrorcodes... Ich glaube, ich habe es sogar schon mal gesehen, glaube ich. Oh nein. Das Ding hat mich... Das war es noch nicht. Das war safe noch nicht. Das war es safe noch nicht. Ich habe mich gerade echt erschrocken. Der Spaß geht erst los. Ich sehe schon. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Bock auf so Horror-Kurzfilme? Soll ich mal auf so Kurzfilme reagieren? Oh nein. Macht doch diesen... Diesen einen Stromsparstecker-Klick-Dingsen. Freunde, ich muss mich ablenken. Bitte nicht. Es liegt neben dir. Es liegt neben dir. Es liegt neben dir. Es liegt... Ah! Iiii! 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 Iiii, Leute. Aber fettes Iiii! In die Kommentare. Das war ja so... Äh! Das war wirklich viel. Das war wirklich viel. Viel ekel. Äh! Bruder! Das ist wirklich anders. Das ist wirklich anders verstörend. Bitte was entspanntes. Oh nein. Die grusigsten Sachen, die man im Ozean gefunden hat. Das ist immer schlimm, sowas. Also so eine Riesending ist anscheinend. Als niemals. Niemals. Das wirkt nur so groß. Wasserspinnen. Öh! Wasserspinnen. Iii! Iii! Was ist das? Das sieht... Paranormal aus. Ja, ich muss sagen. Also da unten... Wir wissen nicht, was da unten abgeht. Im Meer. Wasserrutsche Backrooms. Also du rutscht in die Backrooms rein. Mach mal. Du musst. Du musst. Oh, das ist geil. Er muss. Oh, ich hätte so Bock drauf. Hat der eine so Kopf voraus gemacht? Geh rein jetzt. Oh, wie entspannt. Aber in diesen Anzügen. Oh mein Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Du musst. Du musst jetzt rutschen. Oh mein Gott. Oh, das fühle ich gerade echt. Und. Hopp. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist echt... Aber es ist so cool gemacht. Krass. Also zwei sind tot. Oh. Nur noch zwei am Leben, glaube ich. Oder eine. Das war's. Er hat überlebt. Nein. Er ist jetzt auch RIP. Boah. Schon cool gemacht, Leute. Ich mag sowas. Ich mag das. I. 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 Hashtag I. Ich will wirklich die Kommentarspalte... Ich will alles voller I's jetzt sehen. I, 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 I. Ich will wirklich tausend Kommentare, wo nur I steht. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Challenge. Tausend Kommentare, wo alles voll mit I ist. Ich seh schon. Einmal nur I. Die Leute, die neu sind, denken so I. I, einfach... Die denken, Kanal ist I. Hä? Alles okay bis jetzt. Tür geht halt auf. Das sieht voll unecht aus. Das sieht, das sieht ein bisschen CGI aus irgendwie. Oh nein, doch nicht. Ach, keine Ahnung. Seltsamer Typ. Ja, weiß nicht, Leute. Das kann halt auch fake sein. Aber das mit Backrooms war natürlich nicht fake. Aber das kann fake sein. Weiter geht's. Creepy Video für 171. The King Horror. Wie geht's dir? Es wird so lustig. Er steht halt da. Er redet nicht mal. Kommt so ein Computer redet. Und dann blendet er halt irgendwas ein. Oder er ist der King Horror. Ich find das so lustig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wisst ihr, was ich mein? Bis jetzt alles fresh. Bis jetzt alles frisch. Was geht da ab? Oh, die Sachen bewegen sich. Tür und Schränke genauer. Von Sachen fangen. Hä? Ich denk, da chillt jemand drin. Hat aufgemacht und wirft die Sachen runter. Ich versuche immer, eine logische Erklärung zu finden. Bisher ist alles cool. Ich komm klar. Ich komm klar. Was denn jetzt? Oh nein, da konnte keiner chillen. Da ist gar kein Platz. Okay, jetzt wird was passieren. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Genau so wenig wie das. Okay. Was, 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 was? Hä? Ah, was? Hä, Leute, ich, also sowas, das kann man halt auch sehr, sehr einfach bearbeiten. Äh, das fühle ich überhaupt nicht. Weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber auch diese Musik, diese epische Horrormusik. Das ist richtig cringe alles gerade. Ähm. Und dann diese Emojis hier mit so, oh mein Gott, oh mein Gott. Na, Leute, äh, äh, nein, äh, äh. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Fühl ich gar nicht. Okay, hier, das sieht schon echter aus. Das, 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 da traue ich dem Braten. Was? What? 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 Das, erklärt, das könnt ihr mir gerne mal versuchen zu erklären. Das könnt ihr mir gerne mal versuchen zu erklären. Und jetzt, boom. Hä? Aber ich wüsste ja nicht mal, wie man das so faked, dass das nicht zu billig, also sieht, als ob, als ob. Okay, sie schreit, sie wurde, wurde irgendwie gekidnappt. Das ist echt, glaube ich. Oh mein Gott. Ich sehe, die Dinger werden sich bewegen und dann fliegt sie wahrscheinlich rein, macht einfach ein Rückwärtssalto und geht danach Chips essen. Das ist sogar neu, also nicht so alt. Das ist von, vom letzten Jahr. Äh! Leute, sowas bearbeite ich euch in 5 Sekunden. Das ist das einfach. Das ist das. Nein, nein, das ist fake. 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 Hashtag. Fakey. Makey. Äh. Äh. Kühlschrank geht auf. Ist es Kühlschrank? Kühlschrank. Vielleicht hat der Geist einfach nur Hunger. Kann halt sein, dass einfach elektromagnetische... Oder leichtes... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich finde es irgendwie trotzdem nicht gruselig. Äh. Was suchen die eigentlich jetzt alle da? Ah, Torco, der war okay. Wait for it. Was? 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 Welche Finger? Ich habe es nicht checkt nochmal. Irgendwie kein Finger hat er gemeint. Wo, 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 wo? Ihh. So ein kleiner Finger kam da raus irgendwie. Weiß nicht. Okay, und was ist das? Okay. Okay. Oh nein. Oh mein Gott. Aber das ist sehr kreativ. Das ist cool. Das ist irgendwie sogar süß. Wobei, nein, das sieht ganz... Wir machen mal lieber weg. Ihr wisst, was ich meine. Okay, der letzte Clip für heute, Freunde. Der letzte Clip. Ah, nein. Ah, nein. Da ist wahrscheinlich so irgendwas drin. Waaah! Waaah! Stell dir vor, dass wir uns so aufmachen und dann... Eeeeee! Leute, ihr geht nirgends hin, ohne einmal Fett I zu schreiben in die Kommentare. Iiiiih! Spend I! Weil das ist schon wirklich I! Das ist I! Iiiiih! Dieses Spinnennetz, wie lange das... Okay, ich bin weg, Freunde. Ciao. Tschüss.